Der Naturmüseer hat das Heinzfestival 1995 an den Kleeve gerufen, das demonstriert, um es gerne noch zu weisen, dass es auch eine naturhistorische Müsse geforscht wird. Es sind 2003, als dann der FNR Recherche dabei kommt, an dem Science-Festival, eigentlich an den Jahren nur zum größten Wissenschafts-Event heute Litzbosch-Kinnas. Der FNR hat ja ein paar Missionen. Wir sind einerseits finanzieller von der Forschung, aber wir haben ja auch andere Missionen, wie zum Beispiel auch Wissenschaft und Forschung, hier im Land und in der Gesellschaft zu verankern. Und du hast den Science-Festival ja eine ideale Plattform für die Forschung und den großen Publikum in Not zu bringen. Wir werden eben noch immens viele Forschere-Mattmachern, sind immens viele Mediatur-Scientifiken dabei, ein ganz reifer Kulturinstituter. Die Leute können eben noch immer noch nach Matsch hoffen und sie können aufhaken. Es gibt eine Kuriosität bei den Jungen, aber wir haben es doch bei denen alle erwischt. Die Festivale sind ganz lieblich, das wird natürlich in der nächsten Zukunft noch immer weitergefordert werden. Die Festivale sind ganz lieblich, das wird natürlich in der nächsten Zukunft noch immer weitergefordert werden. Die Festivale sind ganz lieblich, das wird natürlich in der nächsten Zukunft noch immer wiedergefunden. Die Festivale sind ganz lieblich, die wir eben noch nicht mehr aufhaken. Vielen Dank. Vielen Dank.